so leute was gibt meine gelten stützchen herzlich willkommen zu einer kleinen neuen folge prison architect heute mein neues let's play von prison architect weil mein alter so scheiß war heute mit elias hallo und mit marco die fresse elias ja die spielen halt gerade ghost auf der ps3 und dachte mal ja so vielleicht ficken wir die mal jetzt hier man hört jetzt wahrscheinlich den hintergrund im hintergrund den controller von elias von der kleinen sackratte ich weiß ich hab nur beendet die hat sich gleich werbung so gut wird 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 so ich schlicht und mir kommt erst mal eine zigarette an alles safe ja abgeschoben halt die fresse es hat jetzt ein bisschen länger dauert bei mir ist ja alles chaos also ja so heute haben wir mal ein paar experten aus dem clan dabei aus meinen eigenen g3 fu so ja erzählt mal was ja wie es so läuft was du für drogen heute jetzt genießen heute morgen war ich auf toilette ich hatte drei vierte schon auf dem pot wieder mit dünnen schiss am start ja wir lachen uns gerade ab ich bin insgesamt aus dem clan g3 fu ein bisschen der affe oh ja aber alles geplant alles wie ihr wohnt wo ich jetzt gleich mal was fragen müsste an meine abonnenten wenn ihr die folge mögt liked abonniert und wenn ihr wirklich mehr lust habt mit marco elias oder mit ein paar klaren leuten zu teilen dass ich mit den tieren dann schreibt es mir in die kommentare jetzt redet weiter kleinen bittschiff ich muss furzen ich muss furzen uhr ich höre damit auf also nicht dann so läuft grad also scheiße der marco hat 3 zu 8 und ich habe 3 zu 10 da läuft grad wie gesagt die affenkinder spielen ja gerade dings ghost da ich großen fast noch nicht gespielt hat erzählt noch mal ein bisschen was also ich habe gerade ein bisschen ghost ist einfach die sich das kaufen wollen einfach fail glaube ich rate jeden ehrlich davon ab ich glaube ich habe meinen timer nicht gestellt ach doch weil ehrlich gesagt ghost ist einfach so ein riesen Mist sollte das glaubt man nicht aber das wenn man erzeugt dann glaubt man das schon weil die ganzen russ von hinten kommen und in der 1 in den Arsch so wie ein klar mit von uns ich will mich hier mich hier nicht jeder wieder am Start und sie haben ein einzig und mich einfach nur so aufregt bei ghost geht immer dünnschlüssel von aber was soll man davon denken aber ist gut ja wenn er natürlich mehr folgen habt leiten wie immer ne wir haben jetzt noch wunderschöne sechs minuten gleich hoffe ich bin dann fertig mit der zählte wir machen heute zwei parts also zwei Videos premium premium ähm aktuelles update ich werde mir bald das hd pvr kaufen dann ähm heißt es überhaupt hd pvr ja ne ja ähm dann geht's ab mit mein clan oder du holst schweig gerade hoch ja könnte ich auch machen aber dann geht's auf jeden fall ab mit meinem clan ähm am Start ja ähm wenn ihr interesse habt wenn andere leute ne ps3 haben oder so wenn ihr interesse habt könnt ihr ruhig in den clan kommt äh name und alles ist in der beschreibung natürlich ähm von den zwei losern auch ähm ähm by the way das husten musste ich jetzt rausschneiden nein scherz ähm auf jeden fall äh ey Marco du bist rausgegangen oder? ja die spiel ich muss auf Toilette bitte ne du bist jetzt net ich bin so ein geiler mongo ja wer achso und ich will noch was sagen ich warte seit einer woche oder so drauf dass ich die homos jetzt endlich mal in W3 holt nenn uns nicht homos vor meinen ganzen Abonnenten also liebe Abonnenten doch Marco geht jetzt scheißen nein das meine ich nicht das kommt erst nachher ja wie findet ihr ein mw3 ja genau schreibt es mal in die kommentare wie ihr manche spiele findet ähm payday 2 wird da auf meinem kanal auch noch alles in kommen ja ihr habt gerade so einen richtigen hustreiz gekriegt alles Markus schuld schon wieder es ist immer alles seine schuld ja ähm und ähm und ähm warum ich in der letzte zeit nicht aufnehmen kann genau das wollte ich auch noch rechnen damit sprechen ähm erstens ich war im krankenhaus zweitens ja was wollt ihr wissen Rippen gebrochen am Arsch ja geil war ähm am Arsch gebrochen ja mann so richtig geil das ist mir neu das war Suri auch mal h h h h h h h h ne auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall meinen ähm geilen pädophilen meine geilen pädophilen Rippen gebrochen ja alles safe bei mir ähm und deswegen konnte ich den letzten Zeit nicht aufnehmen und neues Intro überlege ich mir auch noch ähm ich hätte ein gutes Lied für dein Intro Deine Mutter oder mach so einfach mal Mona Lisa als Mr. Lina so ja genau an dieser Stelle werde ich jetzt am Ende am Ende dieser Stelle ja genau am Ende werde ich ein Bild reinblenden von Mr. Pina als Mona Lisa da habe ich mich jetzt mal habe ich unter Marco ein abgelacht so richtig weil da hat er noch so ein Teddy auf dem Schuh ey wir haben uns so abgelacht Junge ey das war gar nicht mehr normal oh nein ja oh nein ich sagte doch so jetzt muss ich erstmal hier Security alles kaufen jetzt haben wir wunderschön viel Geld ausgegeben und ich bin bei Skype noch nicht mal beschäftigt oh fuck was mich interessieren würde ich schreibt jetzt einfach meine Kommentare welche Spiele ihr so spielt ja ob ich vielleicht doch eine PS3 hat und auf welcher Plattform und ob uns das überhaupt interessiert das ist die Frage war ja und der Mix wird auch glaube ich ein Clan Channel von uns kommen G3FG Clan ja natürlich wenn ich das htpvr habe und dann geht es auch schon ab mit der Luzi dann ficken wir die alle warum nicht Lotte ah ne Lotte klingt so gay mit der Anneliese ja genau mit Anneliese geht es dann ab mit der Anneliese mit der Anneliese mit der Anneliese Schmidt mit der Anneliese Schmidt mit der Anneliese Schmidt Lürgern bei der Anneliese ja fast ja fast weil wir ist gerade hier ein bisschen amaligen Jungs an lecken wenn man am richtigen Kollegen jetzt gibt es gerade wieder er ist mit genau das ist eine kleine Mann ab um natürlich werden sich die Spaß mit einem Mann kürzeln leider bitte täuscht Elias naja bei seinem PC erst gehen und Marco ist auch gehen wir könnten für alle ich wollte mir so oder so Minecraft für den PC nächste Zeit holen okay kannst du holen kostet nur 20 Euro ja weiß ich hol das nächste Woche auf jeden Fall habe ich mich auch und das ist Geld das habe ich angespielt er nicht gegen die das Spiel spielen aber das Spiel ist gel das Spiel habe ich angespielt habe ich die Testsaison oder gelande denn also das Spiel ist so geil weißt du man verbrochen man ohne Scheiß man braucht 15 Minuten dann ist das Spiel vorbei Minecraft vorbei ja du hast 15 wunderschöne Minuten Tutorial am Anfang das ist eigentlich sagen wir nur so Tutorial und dann kommt nichts dann kannst du höchstens nach oben laufen dich selbst umbringen und das war's ja schon und ähm ich würde sagen wir machen jetzt hier an der Stelle einen kurzen Cut mit Heimer der Stadt halt gerade ähm wir sehen uns